Hi, mein Name ist Sarah. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Medizin im zwölften Semester. Ich singe super, super gern. Habe ich von meiner Mom und meiner ganze Familie so mitbekommen. Habe es mir im Studium die Gitarre dann noch ein bisschen beigebracht, damit man immer was dabei hat auf Reisen. Und hier sind einfach so viele Menschen, die man mit seiner Musik erreichen kann. Und natürlich versuche ich mir auch ein bisschen was dazu zu verdienen, kleinen Groschen, um damit auch vielleicht ökomäßig reisen zu können. Dann Zug ist meistens doch teurer als Flugzeug. Mir ist es wichtig, eine gute Ökobilanz zu haben, beziehungsweise einen guten ökonomischen Fußabdruck, weil ich möchte, dass auch meine Kinder und Ruhe Enkel in einer Welt leben können, in der sie vielleicht Bäume sehen, Gras sehen und nicht mit Mundschutz auf die Straße müssen.